Zwei Siege müssen in den verbleibenden vier Spielen für den FC Bayern München unbedingt noch her, um in dieser Hammergruppe C das Weiterkommen aus der Vorrunde in die Top 16 zu sichern. Da kam das gestrige Spiel gegen Panathinaikos in Athen nicht wirklich gelegen. Denn als Aufbaugegner für die erforderlichen zwei Siege kann man die Hellenen nicht gerade bezeichnen. Immerhin hat der 34-fache griechische Meister in seiner Gruppe mit deutlichen Heimsiegen Fenerbahce und Mailand nach Hause geschickt. Hier die Szenen zum Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020